Hallo, bevor es losgeht, seid vorgewarnt, ich habe versehentlich vergessen, ein Häkchen bei Systemgeräusche aufnehmen zu machen. Das ist ja nicht so wild, meine Stimme ist ja quasi Musik für die Ohren und sollte demnach ein würdiger Ersatz sein. Demnach wünsche ich euch nun viel Spaß bei Pokémon Dawn Part 8. Leider muss ich jetzt doch noch einen kleinen Einschub machen. Der Einschub nach der Vorwarnung vor der eigentlichen Einleitung des eigentlichen Videos, welches gleich kommen wird. Ihr habt es ja ganz am Anfang dieses Videos gehört, dieses Knarzen, Rauschen, Blubber, Gezitter, dieses Krrrrrr. Ich denke, ihr habt es gehört. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kenne den Auslöser nicht. Ich weiß nicht, wie man es wegmacht und wahrscheinlich wird nur die Zeit uns mitteilen, wie sich das Ganze beheben lässt. Das war eigentlich schon alles. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass mir das Problem bekannt ist, ich nichts dagegen machen kann. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr darüber hinwegsehen könnt. Wenn nicht, dann müsst ihr es ja nicht gucken. Ja, ich kann nicht mehr dagegen machen. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video, bis mir wieder was einfällt, was ich da reinwerfen kann, nicht wahr? Bis gleich. Frohe Weihnachten und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Dawn. Es muss jetzt weitergehen, da führt kein Weg dran vorbei, denn ich gehe hier noch ein, wenn ich nichts tue. Ich brauche hier eine kleine Pause, um meinen Kopf frei zu bekommen. Das habe ich noch immer nicht, aber bevor gar nichts mehr passiert, denke ich mir, ich spiele einfach mal ein wenig und versuche auch Texte vorzulesen, ob es mir jedoch gelingen wird, das weiß ich nicht. Denn ich nehme jetzt wieder ein bisschen anders auf, was euch gar nicht interessieren muss. Jedenfalls, das, was bei mir ankommt, ist ein etwas kleinerer Bildschirm, daher ist der Text ein bisschen kleiner. Allerdings ist der Text in Büchern auch ziemlich klein und daher sollte das keine Ausrede sein. Das hat sich gereimt. Wir sprechen zuerst mit dem alten Mann, da ich in der letzten Episode gesagt habe, dass ich so gerne alte Männer spreche und das ist auch schon ein bisschen her. Ich habe das Gefühl, ich spreche diesmal etwas langsamer und das ist sehr gut, denn das gibt mir Gelegenheit, über meine Sätze nachzudenken, während ich spreche. Auf geht's. Hallo, Jungchen. Wir haben hier eine sehr zuverlässige Gruppe, die kein Mitglied hier im Stich lassen würde. Nur mit einer starken Gruppe kann man große Katastrophen wie diese gut überstehen. Dieser Charles, der ist so witzig. Allseits bekannt und beliebt ist er ja, haben wir ja auch in der letzten Episode festgestellt. Ich spreche aus Erfahrung. Wer hat unser Frohner City mal ein gewaltiges Erdbeerchen, Erdbeben. Ich habe auch nur überlebt, weil ich damals auf jeden zählen konnte. Tja, die alten Tage auf jemanden zählen, so ein Quatsch. In unser Frohner City gibt es öfter Erdbeeren, Erdbeben. Das liegt daran, dass unter uns die Dickdarhöhle verläuft. Dick, mach nichts als Ehre, diese Biester. Okay, dankeschön. So, jetzt der junge Mann hier, der Mike ist. Wir versuchten nach dem Ausbruch aus der Stadt zu flüchten, aber es war bereits zu spät. Also habe ich vorgeschlagen, dass wir hier ins Büro gehen, in dem ich arbeite. Bisher klappt es ganz gut. Wir haben hier einige Lebensmittel aus der Kantine und genug Platz. Das ist schön und die kauen einem jetzt auch kein Ohr ab, wahrscheinlich, weil das ziemlich viele Leute sind. Das wäre ja ein designtechnischer Albtraum und das traue ich dem Herrn Mr. Prince natürlich nicht zu. Wer bin eigentlich ich, hier irgendwelche Wertungen abzugeben? Ach ja, ich bin der Spieler. Ich darf ein Spiel so betrachten, wie ich es gerne hätte. Na, Drake, wir sind Wesens aus Urania raus. Ist doch auch was, oder? Du bist deinem Ziel auf jeden Fall ein Stückchen näher, oder? Ja, ich werde der Pokémon-Meister. Oder so. Hm, die Sache mit dem Arm hat ja scheinbar gut geklappt. Du siehst nicht wie jemand aus, der sich gleich in eine menschenfressende Bestie verwandelt. Ja, ich kann es aber immer noch nicht glauben. Heute Morgen wäre doch alles okay und jetzt liegt die Welt im Abergrund und ich habe meinen Arm verloren. Hm, hör mal zu. Es gibt Schlimmeres im Leben als ein verlorener Arm. Äh, ich meine, keine der Leute hier darf wissen, dass du von einem Infizierten gebessen wurdest. Was habe ich Infizierter gehört? Ich habe es genau gehört, selbst mit meinen alten Ohren. Nein, nein, niemand hat hier irgendwas von einem Infizierten gesagt. Hier wurde niemand gebissen und niemandem wurde der Arm amputiert, weil er gebissen wurde. Was denken Sie denn? Das war ein ganz furchtbarer Unfall mit der Fritteuse. Ja, ja. Sag das niemandem, sonst fliegen hier alle wieder raus. Also wir hier alle. Du hast ja von dem Wachmann gehört, dass die Gruppe fragte, warum du nur noch einen Arm hast. Du sagst einfach, du bist schon so geboren worden. Äh, äh, okay. Ich, ich, ich denke mir eine Geschichte aus. Denkt er sich eine Geschichte aus? Vielleicht denkt er sich eine Geschichte aus. Ich werde nichts sagen, versprochen. Ja, wenn das geheim hält, ist es ja genauso bescheuert. Dann gerät er erst recht in Verdacht. Ich würde mir an seiner Stelle eine Geschichte ausdenken. Gut, gut. Ich verlasse mich drauf, dass du dir keine Geschichte ausdenkst, du Trackel. So, damit werden wir denen auch los. Hallo. Oh, Drake. Hallo, Mayra. Du wolltest noch was mit mir bereden? Ja, richtig. Wie ich ja vorhin erwähnt habe, versuchen wir aus Afronia City zu flüchten. Bisher erfolglos. Bevor wir uns einen Weg irgendwo durchbahnen konnten, kamen diese Monster. Sag, was stört das eigentlich, wenn ich Luft hole? Weil ich bin ein Mensch, ich muss ab und zu mal Luft holen. Aber es ist ganz schön laut, finde ich. Deshalb landeten wir hier. Und ich nehme immer durch die Mund Luft auf, weil das ist einfacher während des Sprechens. Das ist eigentlich relativ interessant. Wir haben zwei unserer Jungs vorhin wieder losgeschickt, damit sie Vorräte für uns finden. Was für länger hierbleiben müssen. Länger hierbleiben? Metal Gear? Nein, für mich auf jeden Fall nicht. Ich kann nicht mehr warten. Hm, okay, wieso? Hm, verdammt, ich hätte mir eine Geschichte zurechtlegen sollen. Äh, ich muss noch den Arm von ihm verdauen. Ja, der war gut, der war sehr gut. Das ist eine private Angelegenheit. Ja, ja, nichts sagen, das ist perfekt, ähm. Verstehe, aber da draußen seinen Hals zu riskieren. Ich hoffe, die beiden finden einen Schlüssel für den Bahnhof. Das wäre vielleicht die Rettung. Tja, das wäre in der Tat eine Lösung. Also entweder wieder realistisch sein oder hoffen. Das eine ist positiv, das andere ist negativ, was? Könnte eine gute Lösung sein, um hier rauszukommen. Allerdings hatte das jetzt keinen Einfluss auf unser Karma. Vielleicht kommt die Leiste aber auch später. Was sie ihn finden. Das hatte tatsächlich Einfluss. Äh, ich verstehe das nicht ganz. Eine Alternative, um hier wegzukommen, wäre, naja, der Friedhof. Bin ganz ohr. Der Friedhof, der Friedhof von Saffronia City ist mit dem Turm von Lavandia unterirdisch verbunden. Wenn man da unten durchgeht, dann könnte man bis nach Lavandia und von hier weg. Aber was da unten ist, ich will es gar nicht wissen. Überall dick. Da. Wäre jedenfalls eine Möglichkeit, um weiter voranzukommen. Wenn auch über einen Umweg. Diesen Friedhof würde ich mir gerne mal ansehen. Dann könnte man aus Saffronia raus und dem Horror hier entkommen. Wir waren schon mal auf dem Friedhof, aber da hat er nichts gesagt. Und da war ein komisch invertiertes, farblich invertiertes Grab, das bestimmt keinerlei Bedeutung hat. Was? Du willst es wirklich riskieren? Drag, bist du dir sicher? Da wird es sicherlich nicht ungefährlich sein. Du kannst doch einfach nur hier bleiben. Bei mir. An meinem Brust. Ich meine, das wäre kein Problem. Wir haben genug Platz, vor allen Dingen in meinem Bett. Also, ich meine, ne? Ne, lass mal. Ich will hier eine Fluchtmöglichkeit nutzen. Also, wie kann ich hier unterirdische Grabstätte betreten? Nein, du verstehst nicht. Wir sind die letzten Menschen auf der Welt. Wir müssen uns irgendwie vermehren. Nee, ist jetzt mal gut, ja? Hm, wenn du es wirklich auf dich nehmen willst. Hm, okay. Charles hat vor dem Ausbruch auf dem Friedhof gearbeitet. Er kann dir den Schlüssel geben. Moment, ist das jetzt ein anderer Friedhof als der, auf dem wir waren? Dann kann... Oder ist das eine Tür hinter dem Friedhof? Die sie meint. Dann kannst du uns ja sagen, ob wir allesamt durch den unterirdischen Friedhof gehen können. Der unterirdische Friedhof? Aber, Drake, nochmal. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also, Katakomben, oder? Ich habe schon schlimmere Situationen erlebt. Wie zum Beispiel auf einem Schiff. Oh Mann, ich habe so eine... Seeangst! Nee, Moment, wie heißt das? Seekrankheit, Schiffsangst, Schwindelfreiheit, Höhenangst, nee. Ich werde schnell krank auf See. Ha, bin nicht witzig. Okay. Geh einfach zu, Charles. Er wird dir den Schlüssel geben. Aber, Drake, bitte, bitte, sei vorsichtig. Sagst du dich immer so um Fremde? Naja, du hast ein Face-Set. Das heißt, du bist wichtig. Das heißt, du könntest irgendwann mal vielleicht ganz viel Geld machen. Das macht dich instant attraktiv. Wir haben schon so viele Menschen verloren. Pass auf dich auf und komm gesund wieder, ja? Okay, Love and Trist. Obwohl, sie hat kein Face. Das heißt, sie ist kein Love and Trist. Ja. Ja. So, wir gehen aber nochmal hoch. Hier soll der Schwester Joy sein. Ah, und Gary. Ach nee. Hoi, Drake. Ich bin hier oben und helfe Schwester Joy bei den Verarztungen. Pass auf dich auf. Jetzt klingt ja wie Roland. Ich bin froh, dass wir hier sind. Es wurde in Orania City einfach zu gefährlich. Hier sind zwar nicht anders, aber ich fühle mich sicherer. Was ist denn überhaupt auf den Computern drauf? Ist da irgendein tolles Videospiel, wie zum Beispiel Pokémon? Obwohl, wieso sollte man in einer Pokémon-Welt Pokémon spielen? Wenn man doch bereits echte Pokémon hat. Auf der anderen Seite, warum sollte man in der Realität Realitätssimulationen spielen? Wie zum Beispiel die Sims? Wenn man doch sowieso das echte Leben hat. Demnach ist mein Argument invalid. Hallo, ich bin Schwester Joy. Die Pokémon-Heiler Rhinoceröse. Du bist Drake, richtig? Christopher hat mich schon über alles informiert. Ich habe hier einen Heilungsvorrat, um den Pokémon wieder fit zu machen. Ich kann den Pokémon insgesamt einmal behandeln. Das sollte eine Weile reichen. Vielleicht finden wir einen Weg, noch mehr Vorräte zu bekommen. Aber ich denke, das sollte erstmal reichen. Ein Pack für zwei Pokémon. Komm auf mich zurück, wenn ein Pokémon behandelt werden soll. Und das Meryl im Erdgeschoss, das macht einfach gar nichts. Obwohl es genauso mit höchst effektiven Wasserattacken arbeitet. Obgleich es wahrscheinlich Blubber sein wird. Demnach wohl nicht so. Meryl, Meryl, halt die Fresse, Meryl. So, dann speichern wir. Und ich überspeichere natürlich den Spielstand, den ich nicht überspeichern sollte. Denn wenn jetzt was schief geht, dann haben wir den falschen Spielstand. Egal. Dann haben wir den alten Spielstand nicht mehr. Wie auch immer, meine linke Hand wandert mal eben Richtung den Angriffstasten. Und auf geht's hier. Jawohl, ja, jawohl, ja, jawohl, ja. Silvko, da ist es wohl. Aha, aha, aha. Und hier ist nichts am Leben. So, da hat es mal kurz geleckt. Ich weiß nicht, was das sollte. Abgeschlossen. Deswegen nehme ich mich normalerweise mit OBS auf. Und jetzt fällt es mir auch wieder ein. Denn Mirrorless Action verträgt sich nicht so gut mit Windows 10, habe ich den Eindruck. Hm, hier scheint nichts zu sein. Abgeschlossen. War das die ganze Info, die ich wollte, brauchte? Also irgendwie, ja. Sollte ja einen Schlüssel haben. Hat sie gesagt. Die hat gesagt. Hey, Drake. Also, da war so ein Typ, mit dem sie zu sprechen, der hat einen Schlüssel. Moment. War der Typ nicht in dem Haus? War das nicht so? Oder ging der raus? Ging der rein? Worum ging es nochmal? Ich habe mich zugehört. Ich habe schon zugehört, aber es fiel mir wieder. Wenn der Friedhofstunnel begehbar ist, dann können wir alle nach Lavandir und weg von hier. Sag uns einfach Bescheid, ob das soweit klappt. Ja, es klappt anscheinend ja nicht. Äh, du. Wir versuchten nach dem Ausbruch aus der Station, das war bereits zu spät. Also habe ich vorgeschlagen, dass wir... Alter Mann. Tag, Junkchen. Wie ist mitgehört? Tut mir leid. Ich bin immer zu neugierig. Hoho. Wie Mayra ja schon sagte. Ich habe beim Friedhof gearbeitet. Bis diese Sache hier ausbrach. Hier. Drake erhält Friedhofsschlüssel von Charles. Mit dem kannst du das unterirdische Grab betreten. Was dich aber da erwarten wird... Ich weiß es nicht. Das bleibt eine Überraschung. Schon alleine beim Gedanken, dass Tote wieder auferstehen. Schau, dass mich... Sag, was könnte es nur sein? Das kriegen wir hin. Viel Glück, mein Junge. Und lass dich nicht vom Weihnachtsmann beißen. Ich brauche halt noch irgendeine Christmas-Referenz, okay? Wenn der Durchgang zu Lavandia wirklich frei ist, wäre das endlich die Rettung aus diesem Seuchengebiet. Wir werden dann zurückkommen, die Leuten Bescheid sagen und sie mitnehmen. Aber nur, weil wir positives Karma haben. Naja. Die haben uns ja schließlich in ihre Behausung gelassen. Die Trottel. Und demnächst werden wir sie looten. Oder so. Da, Wasserattacke. Moment, das ist einfach nur ein invertierter Grabstein. Na gut. Tür entriegelt. Drake wirft den Friedhofsschlüssel weit, weit weg, weil den braucht man ja nie, nie wieder. Ich verstehe nicht mal, warum. Ist das Inventar vielleicht begrenzt? Wird der Schlüssel im Inventar angezeigt? Und es darf immer nur ein Schlüssel im Inventar sein, weil die Technik begrenzt ist? Ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall Müll. Das war totaler Müll, dieses Wegwerfen. Und vor allen Dingen Müller Mülleimer. Hört sich schon mal nicht gut an. Die ganze Zeit plappert einer dazwischen. Ich kann die Zombies gar nicht hören. Tschöldigam. Aber was soll man sonst in einem Grab voller Toten erwarten? Pflanzen. Und ich habe da gerade noch ein Pokémon gehört. Oh, ich glaube, wir erlernen irgendwann Stärke. Huch. Au. Äh, das ist nicht so gut. Ich kehre noch einmal um, nur um dann wieder zurückzukehren. Because, äh, I'll be back. Na? Komm, mach keine Schere rein. Tu nicht so, als hättest du eine KI. Du hast nämlich keine. Du bist nämlich dämlich. Du bist nämlich ein Zombie. So, was haben wir denn hier so? Ah, die, äh, das ist wirklich ein unterirdischer Friedhof. Nicht mal Katakomben, sondern wortwörtlich ein unterirdischer Friedhof. Das ist irgendwie seltsam. Außerdem gibt es hier nichts weiter. Warum gibt es hier nichts weiter? Wieso habe ich jetzt meinen Zerschneider verschwendet? Was soll denn das? Na gut, die nächsten Pokémon. Ja. Und dann ist der Zerschneider wieder einmal zerschnitten. Nein, verschwendet. Wer baut denn sowas? Warum gibt es hier über Bäume und Streuen? Was? Die kann doch gar nichts wachsen. Das ist doch völliger Quatsch. Ich bin nicht einverstanden mit dieser Einrichtung. Aber hey, ich lebe ja nicht in der Pokémon-Welt. Vielleicht wissen die es besser als ich. Na genau, durch diese Schneise durchlaufen. Da kann ich nämlich das Mirapla, das Zombie-Mirapla, immer wieder angreifen. Ne, das ist die Engstellen-Taktik. Genau die gleiche Taktik, die in 300 eingesetzt wurde. Von den Spartanern. Hm. Ach, dang. Jetzt müssen erst mal die Zombies verschwinden. Au. Ja, dann trifft mich halt der Schall. Was soll's? Gibt's Schlimmeres? Hier liegt mein ehemaliges Team-Pokémon Radikal. Der, der dir das angetan hat, wird dafür büßen. Gary Eich. Von dem hab ich ja noch nie gehört. Was für ein Loser. Wenn er nicht mal sein Pokémon am Leben halten kann. Loser. Loser. Ich muss warten. Ich muss die Zeit irgendwie überbrücken. Ja, also der Gary Eich, ne, der ist ja... Hat sie schon erledigt. Was? Ach, wir haben uns damit keinerlei Vorurteil erwirtschaftet. Dann gehen wir halt weiter. Was haben wir denn hier so? Wir haben ein Knuffenser, ein Zompfenser und ein Fens. Ist der Fens auch ein Zombie? Dann ist der ein Zompfenser. Ha, ha. Hm. Wird ja immer dunkler hier. Nicht wirklich. Oh, doch. Ein bisschen, ja. Der Schein wird geringer. In der Tat, ja. In der Tat. Hier brauchen wir wohl Surfer oder... Oh Gott, was ganz, ganz Neues. Vielleicht Sprungfeder oder so. Zum Rüberspringen. Ach. Jetzt komm schon um die Ecke, damit ich dich um die Ecke bringen kann. Und wenn er dann um die Ecke gebracht wurde, wird er um die Ecke gebracht. Ha. Ja, sag mal. Ich seh doch kaum was. Ich versuch's jetzt irgendwie zu treffen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich seh nämlich hier nix. Es ist dunkel wie in nem Affenarsch. Nicht, dass ich schon mal einen Affenarsch gesehen hätte. Es ist halt ein Sprichwort. Kein Grund mir vorzuwerfen. Ich wüsste, wie dunkel es in einem Affenarsch ist. Ich geh mal davon aus, so dunkel wie in jedem anderen beliebigen Arsch. Nicht, dass ich schon mal in irgendwelche Ärsche geguckt hätte. Aber ich kenne meinen eigenen Arsch und kann daher davon ausgehen, dass es in dem recht dunkel ist. Da dort kein Licht herankommt. Ja, die pure Logik der Physik. Sie findet auch hier ihre Anwendung. Ich werd's jetzt vielleicht nicht weiter erkunden. Was ist das hier? Ein Gesicht auf dem Boden, nur zur Seite gedreht. Ach, ich warte jetzt nicht, bis der Zerschneide einsatzbereit ist. Wir gehen jetzt deeper, Leo. Oh je, ich höre ein Pokémon. Welche Überraschung. Ah! Ein Funpi! Und es hat, oh nein, es hat Überroller eingesetzt. Oder die Roller. Äh, Dampfwalze. Äh, es hat irgendwas eingesetzt. Das ist eine sehr gemeine Attacke. Außerdem hält dieses Funpi sehr viel aus. Hat das mir gerade nochmal wehgetan? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es geht uns nicht mehr so gut. Was sagt denn mein Beutel? Ah, wir haben noch ein Gegengift. Das ist ja primös. Oh, man sieht hier nichts. Ich hoffe, hier komm nicht allzu viele Pokémon vor. Ein Trakosso. Ja, wie bringe ich dich jetzt um diese Ecke? Hm. Äh, das ist jetzt blöd. Wollte gerade sagen, vielleicht wird er geblockt. Wird er aber nicht. Und meine Taktik. Au! Ist voll für den Arsch! Für den Affenarsch! Ach, das ist doch unfair. Puh, es ist besiegt. Ich hoffe, da kommt nichts mehr. Puh, so ein Glück, eine Sequenz. Fuck! Dieser drecksverfickte Ausgang! Er ist auch versperrt. Nein! Wir waren doch so verfickt nah dran. Verfickter Scheiße! Schön, fick, scheiße! Ich glaube, der hat irgendwelche Probleme. Gibt es etwa keinen drin? Gut, ich hab langsam die Schnurze voll. Geh mir wieder zurück. Das ist kein Zweck. Irgendwas muss es geben, um wieder abzuhauen. Ein Helikopter. Puh, ne, Erdbärchen, Erdbeben. Ja, ich kann wohl der Einschutzt zustande. Warum ausgerechnet jetzt? Weil du die Sequenz getriggert hast. Ist doch klar. So, jetzt den halben Weg zurück, weil ein Teil davon eingestürzt ist. Oder wie darf man sich das vorstellen? Dann müssen wir jetzt nach Süden und dort sterben, weil... Na ja. Genau deswegen... Ich bin mit dem Schwierigkeitsgrad nicht ganz einverstanden. Vor allen Dingen, weil ich nichts zum Heilen habe. Und ich hab auch keine Ahnung, wo wir etwas hernehmen könnten, was uns heilen könnte. Ich renne noch eben mal durch die Saffronia City und wenn ich hier nichts finde. Ja, ich sage euch, wenn ich hier nichts finde, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir es halt nochmal versuchen. Allerdings haben wir uns hier schon überall umgesehen, wo man sich umsehen kann. Ich gehe jetzt also mal... Ich lehne mich jetzt vielleicht etwas weit aus dem Fenster, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir mit den HP auskommen müssen, die wir hier haben. Außer wir gehen nochmal in den Friedhof runter. Die eigentlichen Katakomben, aber es ist wirklich ein unterirdischer Friedhof. Und wenn es uns nicht mehr gut geht, noch bevor wir diese Sackgasse erreicht haben, dann sollten wir zu Schwester Joy zurück und uns heilen. So billig das auch ist, es ist eine Option. Allerdings nicht mehr in diesem Video. Mensch, sind wir weit gekommen, nämlich überhaupt nicht. Jedoch steckte hier in der Tat Inhalt drin. Und diesen Inhalt habt ihr gefälligst zu wertschätzen wissen. Ihr verdammten kleinen Ficker. Fick, Fick, Scheiße, Scheiße, Fick, Fick, Scheiße. Brrr, 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 Brrr. Gut, ich wünsche euch noch schöne Weihnachten und wir sehen uns dann im nächsten Video oder was auch immer ich so produziere. Bis zum nächsten Mal. Teil.